Hallo Leute, ich bin der Marco aus Frankfurt, wollte mich vorstellen, das ist mein Trainingspartner Rami. Heute steht Frust und Bizeps an, 50 Kilo mal machen und dann sehen wir weiter, viel Spaß dabei. So Leute, zweiter Satz, 8 Kilo, weiter geht's. So, dritter Satz, 110, auf geht's. So, dritten Satz... So, vierter Satz, 140, viel Spaß. Wir machen jetzt weiter, Multipresse, Schrägbank, vier Sätze, Maximalgewicht, da ihr ja schon warm seid. Auf geht's. Musik So Leute, vier Sätze Schrägbank, frei, leider haben die keine 50 Kilo Handeln hier, deswegen machen wir es heute mit 40. So Leute, vier Sätze Schräg, leider haben wir es heute mit 50 Kilo. So Leute, vier Sätze Schräg, leider haben die 500 Kilo. So Leute, vier Sätze Schräg, leider haben wir es heute mit 50 Kilo. So Leute, zum Abschluss des Tages machen wir vier Sätze Butterfly. Und nicht vergessen, nach jeder Übung, die ihr macht, Supersatz, bis ihr nass seid. So Leute, vier Sätze Schräg, leider haben wir es heute mit 50 Kilo. So Leute, Brusttraining für heute fertig, ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit Bizeps. Jetzt passt es hoch drauf und zu dich, immer weiter. Immer. Weiter geht's. Jawohl, Leute. Das ist ein Sixpack. Das nenne ich ein Sixpack. Los geht's mit Bizeps, würde ich sagen. Abenzierto. Stefanino. Und dazu abkt. Das ist ein 10nin'er Jahre. Los geht's mithair лitte. � Na na na. Chris, hey arena. Bis zum einen. Bis zum einen höheren mínigen. naughty quantum Shop 재. Besanne die 2 resonated. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.